So, jetzt gehen wir an die Technik. Wie gesagt, putzen werde ich die Büchse heute nicht, die ist schon sauber. Wir wollen jetzt das Ding mal auseinander nehmen. Damit ich ein bisschen freier agieren kann, nehme ich hier von meinem Freund Volker www.gewehrauflagen.de, hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. Und da kann ich nämlich wunderbar die Büchse rücklinks einhängen. Funktioniert tadellos. So, bei der Mini 14 ist es jetzt wichtig. Nummer 1, das System, der Hammer muss gespannt sein. Der Verschluss geschlossen. Die Sicherung muss eingelegt werden. Wir brauchen zum Zerlegen einer Ruger Mini 14, im Normalfall brauchen wir nur ein einziges Werkzeug. Und das ist ein Durchschlag. Bei dem Schaft, wie er jetzt hier ist, benötigen wir zusätzlich noch einen Kreuzschraubenzieher, weil ich ja oben den Handguard nach abnehmen muss. Aber wir beginnen ihn jetzt einfach mal. Und zwar haben wir hier im Abzugsbügel hinten ein Loch. Da nehmen wir den Durchschlag, stecken ihn einfach rein und drücken und heben ihn zeitgleich nach vorne. Ihr seht, er wird ausgehängt und bewegt sich nach oben. Nun, jetzt kann ich einfach die Abzugsgruppe tuto completo herausziehen. Und schon drehen wir die Büchse jetzt einfach mal rum. Bei dem regulären Schaft der Mini 14, wie jetzt bei meinem Original Ruger Schaft, würde jetzt einfach der Handguide oben, also der Handschutz, einfach, weil er da geklammert ist, einfach nach oben weggezogen. Da ich ja aber hier den Strikeforce RTI Schaft drauf habe, muss ich den Handguide entsprechend durch herausdrehen dieser drei Kreuzschrauben losmachen. So, dann heben wir den Handguide einfach ein bisschen an. Vorausgesetzt, ich habe überall die Schrauben weit genug rausgedreht. So, dann heben wir einfach den Handschutz oben weg. So, und schon können wir die Büchse nehmen, heben sie hinten entsprechend an, gehen raus und hängen einfach das komplette System raus. Jetzt kann ich den Schaft nehmen, kann ihn erstmal zur Seite stellen. Schon haben wir den ersten Schritt des Auseinandernehmens hinter uns gebracht. Jetzt muss ich nochmal drehen. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen kriminell, da durch das Glas ist es alles ein bisschen angehoben, ein bisschen unglücklich. Aber der nächste Schritt ist jetzt, wir müssen das System auseinandernehmen. Geht auch relativ einfach, wir nehmen jetzt hier vorsichtig in der hinteren Position die Verschlussfeder, die Rückholfeder, drücken die nach vorne, hängen sie aus und lassen sie langsam nach hinten rausgleiten. Damit haben wir die Federführungsstange wie auch die Verschlussfeder rausgemacht. So, jetzt drehen wir das System erneut. Ich muss es hier alles so ein bisschen hin und her friemeln, sonst klappt das Ganze nicht, wie ich es möchte. So, jetzt nehmen wir einfach den Verschlussträger, beziehungsweise den Charging Handle. Und friemeln jetzt quasi einfach diesen komplett runter. Geht also auch ziemlich easy. Was jetzt ein bisschen Fummelei ist, ist den Verschluss rauszunehmen. Die neueren Varianten haben jetzt hier noch diesen Bushing. Da ist ein Bolzen wie auch ein Bushing. Der liegt hier unten drin, wo dann hinten die Federführungsstange eingesetzt wird. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie, wie gesagt, den Verschluss hier rauszuholen. Das ist ein bisschen Friemelei. Kann auch sein, dass es jetzt durch die Montageschiene nicht so wirklich funktioniert. Wir machen mal die Seitenplatte ab und dann können wir nämlich auch den Verschlussplanscher rausnehmen. Ihr seht, das geht eigentlich alles ziemlich easy, was wir hier machen. Na also, so und schon haben wir auch den Verschluss samt Schlagbolzen herausgenommen. Mehr ist das nicht. Damit ist die Büchse sozusagen in alle Einzelteile zerlegt. Wie funktioniert denn die Ruger Mini 14? Nun, wie gesagt, das ist ein Gasdrucklader. Das heißt, wir haben jetzt hier den Gasblock. In diesem Bereich von dem Gasblock befindet sich im Lauf ein Loch. Dort werden die überschüssigen Gase abgeleitet und kommen hier durch dieses Piston, sprich durch dieses Ventil, nach hinten. Wir haben hier vorne in dem Verschlussgestänge ein entsprechendes Loch drin, wo der Verschluss letzten Endes rein drin sitzt. So, was passiert also? Der Gasdruck kommt durch das Loch und treibt den Verschluss letzten Endes nach hinten. Und dann schließt er wieder. Mehr ist das nicht. Also eigentlich ein ziemlich einfaches System. Lässt sich relativ gut reinigen und pflegen. Wie setzen wir die Büchse jetzt wieder zusammen? Jetzt wird es ein bisschen friemelig. Mal gucken, ob wir das kopfüber tatsächlich hinbekommen. Also wir nehmen zuallererst den Verschluss. Ja, das müssen wir einfach ein bisschen vorsichtig sein. Wir wollen hier keinerlei Gewalt anwenden, dass wir hier nichts kaputt machen. Und ich mache das hier gerade alles ein bisschen über Kopf, was ein bisschen unglücklich ist. Ich muss es tatsächlich drehen, sonst kriege ich es nicht rein. Die Alternative wäre vielleicht ein paar Haare drum zu malen. Man muss halt so einen genau richtigen Punkt erwischen, damit das Ding reinschluppt. Und wenn man den halt nicht erwischt, dann schluppt er halt nicht. Na also, jetzt ist er drin. Wie gesagt, es ist ein bisschen Friemelei, aber ich denke mal, das gehört irgendwo zu unserem Sport mit dazu. Den Verschluss wieder drin. Jetzt nehmen wir das Gestänge. Der Verschluss muss jetzt in der hinteren Position sein. Und wir haben hier diese Luge, diesen Nut. Und da muss letzten Endes der Verschluss an der richtigen Position sein. So, das sitzt. Perfekt. Haben wir den Verschluss drin, wir haben das Gestänge drin, können wir das Bushing wieder einsetzen. Das geht auch nur in einer Position rein. Nehmen den Bolzen, führen ihn entsprechend ein, damit er gesichert ist. Dann nehmen wir die Feder. Das ist jetzt wieder ein ganz klein wenig etwas Spannendes, weil die halt ein gewisses Eigenleben entwickeln. Man muss da halt durchaus, am besten bräuchte man hier 20 Hände, weil die halt doch ein bisschen, gerne mal ein bisschen sich verbiegt und windet wie eine Bohr-Konstriktor. Da hat man sie aber einmal in so eine gewisse Position gebracht, dann schluppt sie auch schon. Schon haben wir die entsprechende Feder drin positioniert. So, jetzt müssen wir wieder den Verschlusshaltehebel einsetzen. Dafür setzen wir den Plunger mit der Feder entsprechend hier ein. Nehmen das Bauteil, setzen es auch entsprechend ein. Nehmen die Abdeckplatte und schieben diese letzten Endes einfach nur hoch. Schon haben wir die Büchse letzten Endes, was das betrifft, schon mal zusammengesetzt. Jetzt können wir unseren Schaft wieder nehmen. So, jetzt ist es wichtig, wir haben hier den Gasblock. Der Schafter wird jetzt in einem Winkel quasi dort eingesetzt, nach vorne geschoben und das System nach unten gedrückt. Damit sitzt das System schon mal sauber mit drin. Wir können jetzt den Handguard nehmen, setzen den entsprechend ein, können den schon mal festschrauben, nur festschrauben, nicht anknallen. So, haben wir das entsprechend erledigt, dann ist das System bereits schon ziemlich fest montiert. Dann nehmen wir unsere Abzugsgruppe, gucken, dass diese entsprechend richtig positioniert ist. und arretieren den entsprechend wieder zurück, entriegeln, prüfen die Funktion der Waffe und sie ist wieder zusammengesetzt. Das ist alles, es geht eigentlich relativ easy. Ich habe es jetzt erst zwei, drei, vier Mal gemacht, das heißt, da fehlt mir noch ein bisschen die Routine. Aber ich denke mal, ihr wisst, um was es geht. Damit haben wir eine Ruge komplett zerlegt. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.